ja hallo und herzlich willkommen ja zum heutigen rückspiel beziehungsweise zur nächsten folge von hin und rückspiel und heute steht das rückspiel an von dortmund gegen schalke hier das hinspiel nicht geschaut habt dann würde ich euch empfehlen das erstmal jetzt zu tun weil wir ja auf jeden fall jetzt vielleicht das ergebnis ballern und diesmal spiele ich zu hause das hinspiel ganz ganz schlechtes fußballspiel also 0 zu 1 habe ich immerhin nur verloren das ist das einzig positive was bleibt und was mir hier noch ein bisschen hoffnung gibt dass ich es noch drehen können jetzt auf jeden fall eigentlich alles glücklich das einzige positive auch also natürlich habe ich gewonnen dass es sowieso positiv aber auch noch sehr positiv dass ich die null halten konnte diese auswärtsregel natürlich praktisch ist das sind so wichtig natürlich hier möglichst schnellen vor schießen es wäre wunderbar für mich jetzt fängt schon wieder an es fängt wieder an diese grotten vielpässe jetzt läuft meyer völlig frei und haut ihn nicht was macht denn pisch und dann tritt kompiljaka burgstab da oben wir haben schon angesprochen die auswärtstorregel das heißt wenn du hier einmal triffst dann muss ich sogar dreimal treffen um das hier noch zu drehen also darauf stelle ich mich hier eigentlich schon fast ein dass ich hier mindestens drei tore erzielen muss das ist einfach viel zu einfach wie ich hier leute mal laufen lassen das ist ja immer nur über links aber philipp konnte sich da bis jetzt überhaupt nicht gut durchsetzen ist das viel zu offensichtlich dann kommt er dann noch sogar durch was macht denn gott warum versuche ich es überhaupt also das kriegt fieber wirklich sehr gut hin diese momentan in der phase der dortmunder auch ins spiel zu integrieren also das ist wirklich ganz ganz schlecht auch lassen wir doch den ball jetzt gab wir gucken auf die uhr wir sehen schon fast eine halbe stunde wieder rum hier ist denn das jetzt geht gar nichts mehr nach vorne oh mann was ist denn das mit den pässen es funktioniert einfach gar nichts und was macht piszczek er steht einfach nur rum aber auch von mir eigentlich kein gutes spiel hier bisher das ist wirklich das absolut das war ja eben schon im hinspiel nicht gut aber wenn er sich das jetzt hier mal anguckt dann ist das wirklich ein komplettes trauerspiel und dabei muss dabei muss alter vater ich mache gleich die ps4 hier einfach aus und dann rennt er jetzt aus da hat er keinen ausweg was mache ich denn jetzt es läuft wirklich noch gar nichts bei beiden komm ich da mal durch oh gott da habe ich mir einfach mal gedacht komm schieß ich drauf weil der pass in die mitte wäre eh abgeblockt gewesen aber da kannst du ja hat er eckfahren ziel schießen gemacht huiuiui also immerhin mal ne chance das ist schon drauf was ist denn das mit den pissen eben oben war eingeblendet beide haben über 90 prozent pässe an den mann das kann ich auch irgendwie nicht so ganz glauben oh gut da muss ich jetzt aufpassen mit Goretzka jetzt kriegt er fast noch eine rote so richtig unmütig wo die sitz und die flanke kommt bei ganz gut als an die gatte von Marco Reus was macht den Reus die beste Chance mit Abstand in diesem verrückten Woosballspiel hier da kommt der einmal durch da sehe ich ihn einmal laufen und dann trifft der das nicht natürlich war es auch schwer aber der muss jetzt rein aber das war definitiv mal grandios gespielt und endlich mal passiert hier was in diesem Spiel oh nie jetzt komm aber auch ich aber Fischcheck macht das richtig gut hier gegen Max Meier oh was macht denn Philipp der hat wirklich komplett die Kontaktlinsen verloren der weiß nicht mehr wer Freund und Gegner ist ich bin da wieder 20 Meter übers Ton dann ist Halbzeit 0 zu 0 im Hinspiel stand es immerhin 1 zu 0 schon also das ist ein komplettes Katastrosenstil man kann es nicht anders sagen mir fallen hier auch gar keine Worte mehr ein also das kann man nicht beschönigen ich wechsle jetzt doppelt ich bringe jetzt Embolo und diesen Piazza oder wie der heißt und Jure da ja also mal gucken was das jetzt hier in der zweiten Halbzeit noch wird aber das Gute für mich ist immerhin noch ich führe insgesamt immer noch mit 1 zu 0 oh man oh man Kono T Yanka und den Fischblocki raus jetzt habe ich natürlich vor allem Angst hier vor allem Farnaldo Toprak soll da ganz sicher nicht rausrücken hier was macht denn der Jamolenko da versucht da wieder ein Tänzchen aufzuführen oh man das sieht genau ganz einfach aus das ist wirklich das Horrorspiel hier heute wir möchten es nochmal sagen wir haben nicht gesoffen vor dem Spiel also es mag vielleicht dem einen oder anderen hier was ist das denn ORDER da ist ihm auch kurzfristig die Aggression ins Gesicht gestiegen jetzt wieder Pulisic spielte ihn gut das war die Chance nein was macht er denn Färmann war doch schon liegend auf dem Boden und er schießt ihn trotzdem an dann dann rettet Färmann mir hier komplett den Arsch oh ich sehe ihn doch schöner Laufweg von dem Bolo aber dann kommt ich lange nicht gut und dann gibt Konopianka mir fast nochmal äh Konopianka der andere ja ja da kommt ich nicht durch das gibt es doch nicht aber wieder der schlechte Pass hier von mir direkt in deine Füße das war jetzt mal gut das war jetzt mal gut komm durch Paul Schiri oh jetzt springt mir aber auch wirklich jeder Ball vom Fuß absolut grauenvolles Fußballspiel hier aber du kommst langsam besser rein und du spielst dir jetzt mittlerweile die Chancen gut raus oh man dieser Naldo und jetzt sehe ich da hinten gar keinen mehr Scheiße der kommt durch das ist Piaka ja sogar noch an Birkin vorbei was mache ich denn da ich muss mich da eigentlich entscheiden freut mich natürlich komm schon ach man sehr gut oh Gott des Willen ist das ein Fußballspiel hier aber immerhin ein bisschen interessanter in Hälfte 2 auch wenn nicht die großen Szenen bis jetzt für mich dabei waren ja das stimmt also man muss eigentlich aber auch wirklich sagen es ist zwar ein von sich ein Grottenspiel aber spannend ist es ein Tor und die Verlängerung ist da für mich das ist gerade das einzige Ziel aber im Moment habe ich wieder keinen Zugriff auf das Spiel hier oh Sokrates was macht der denn da macht da den Balletttanz oh ne oh man Mann so ne Scheiße das war natürlich sehr gut gespielt aber das war es natürlich komm bringen wir nochmal den Schürrle hat der auch nochmal seine Einsatzminuten und der Götze der im Hinspiel so grottenschlecht war kann jetzt auch nochmal spielen 3 Tore in 20 Minuten leichte Sache würde ich sagen bei diesem Spiel ja vor allen Dingen in so einem Spiel vielleicht drehe ich ja jetzt komplett auf man mag es vielleicht nicht glauben aber jetzt kommt hier das Wunder von Dortmund ja du musst hier auf jeden Fall jetzt alles riskieren und ich denke das wirst du auch tun eieieieiei das ist wirklich kläglich wirklich 80% dieses Spiels wieder nur kläglich das ist mal gut oh was macht denn der und dann das ist ja wirklich können die kein Tor mehr machen ist das ein FIFA-Bug jetzt das Dortmund hier nicht mehr trifft nochmal Schürrle Och Mann also da haut der ich hab den wirklich nur einmal kurz angetitscht die Schusstaste und dann haut der den Schürrle was ist denn das? das gibt's denn der muss doch drin sein das ist doch physikalisch gar nicht möglich dass der vorbeigeht ich wollte auch grad schon sagen und jetzt ist da drinnen ja weil der so aussah dann ist der da wieder daneben geflogen also mittlerweile hier kann man absolut sagen also hier führe ich absolut nicht mehr verdient hier ist das unentschieden mindestens gerecht wenn ich sogar noch mal im Bolo nochmal durch im Bolo macht er gut und dann schießen und Götze verteidigt das dann das senkt jetzt ist er auf einmal in Weltklasseform wenn es überhaupt nichts verbringt also ich lässt ihn die ganze Zeit nur auf der falschen Position spielt ist eigentlich ein guter Infall der Mario Götze kommen wenigstens hier noch den Ausgleich das ist jetzt wirklich meine letzte mein letzter Grashalm an dem ich mich so ein bisschen hangere schwölle was versucht er da dasselbe hier so nicht das ist Sokrates der mal nach vorne gerannt ist und das müsste der Torwart sicher haben oh man ey oh da Jamolenko komplett die Sicherung rausgesprungen aber der Schiri bleibt bei seiner Linie wie schon im Hinspiel wirklich sehr sehr wenig Karten ich glaube eine Karte für Goretzka gab es jetzt kommt nochmal Embolo da lasse ich mich wieder viel zu leicht ausspielen das ist gut gespielt und dann hat ihn Bürki oh jetzt da viel zu früh raus mit Neido Reus kommt jetzt das Tor Schörle was macht der denn was ist das denn und dann grätsch ich dir den Bein nochmal vor die Füße ich will den da eigentlich weghauen und Schörle auch den Rand Hammer Tor von André Schörle und der lässt sich jetzt hier feiern obwohl es überhaupt nichts bringt der Dortmund verliert trotzdem aber das diese Drehung und der haut den einfach perfekt in den Winkel André Schörle das ist es nämlich André Schörle ja du gewinnst trotzdem zum dritten Mal in Folge 3 von 3 also das ist wirklich und es ist wieder mal verdient also auch wenn ich jetzt in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war insgesamt Eieieiei das war wirklich ganz ganz grottenschlecht mit Dortmund kann ich anscheinend überhaupt nicht spielen aber das war wirklich an sich auch wirklich ein schlechtes Spiel also von mir auch absolut keine Top-Leistung ja wir wollten ja eigentlich nur demonstrieren dass die Bundesliga keine gute Liga mehr ist ja richtig mit diesen beiden Spielen ja mal gucken was im nächsten Hin- und Rückspiel für Vereine auftreten werden ich freue mich jetzt erstmal dass ich meine dritte halbe Stunde mit einem Spiel deiner Wahl ausüben darf ja ich werde mir da bestimmt was schönes einfangen lassen ja und wir hoffen das Spiel hat euch trotzdem gefallen lasst den Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao